Hi, ich bin immer noch der Medienkanzler von Comedy Time TV und ich fordere immer noch den Joko Weiterscheid, den Mogul, heraus bei YouTube-Kanal. Ich hau mir jetzt keine Früchte rein. Meine Kulisse steht, seine Kulisse steht auch. Im zweiten Teil habe ich auch einen angerufen, das war auch ein echter Schauspieler. Ja, nicht so berühmt, aber man kennt sich, man kennt sich, glaubt es mir. Detlef Scholzen und Co, alle meine Gäste kennen sich, kommen aus dem Showbiz und waren bei mir. Welche Gäste? Bei Joko sind auch keine Gäste am Schreibtisch, oder habt ihr da welche gesehen? Er haut sich da die Weintrauben rein, mache ich nicht, die bleiben bei mir im Kühlschrank. Also, ich bin euer Medienkanzler und ich versuche immer noch, jawohl, ich kann auch wippen, ich habe auch so ein Wippding da. Ich versuche, wie gesagt, den Joko. So, also Joko weiterschallt, wenn du die Herausforderung annimmst, meine Telefonnummer ist klar, da kannst du mich anrufen. Wie das geht, weißt du, geht zu Comedy Time TV. So, und zum Schluss hat er auch was gemacht, versuche ich auch mal den großen Trick mit einem Löffel. Mal gucken, ob das klappt. Und eins, zwei, drei. Geil. Mein Löffel bleibt kleben. Tja, wo liegt mal wohl der Trick? Hmm, Joko.